Hallo liebe Freunde, oh nein, wieder dieses Klatsch und herzlich willkommen zu meinem Vergang, hier geht es heute wieder los und wenn euch das ganze hier gefällt, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ich positive werde, Leute, das wäre super super lieb von euch, könnt ihr viel sehr weiter und wenn ihr abonnieren wollt, Leute, hey, das wäre doch... Oh, guck mal, ich glaube, das ist eine neue Tradition, ich liebe dieses Boot, okay, auf jeden Fall, so, Leute, ich muss erst mal wieder Raptoon benennen, ich habe wieder drei Stück ausgesucht, zwei Stück schlafen wieder, man kennt es ja, Dark Celestial heißt einer, da habe ich hier einmal Symbolics und da habe ich hier einmal Maya Schorf, so, Leute, nur, dass ihr wisst, drei Raptoren habe ich wieder benannt, wenn ihr einer von den Raptoren seid wollt, schreibt das einmal in die Kommentare, eure Namen, dann suche ich mir wieder drei Stück für die nächste Folge aus, so, was habe ich mir vorgenommen, einiges, ich konnte gestern übrigens nicht aufnehmen, weil ich nochmal kurz unterwegs war und deshalb habe ich das zeitlich nicht ganz geschafft, nämlich kam ich wieder, bin sogar noch auf den Axel übergegangen und habe gesehen, wie teuer diese ganzen Sachen sind und ich so, oh mein Gott, das schaffe ich heute nicht mehr, verdammt, von daher machen wir das heute, aber heute sollte soweit eigentlich alles vorbereitet sein, äh, Typ S, äh, nicht das, sondern hier, Giga Stego Sarko, brauche ich nur noch ein Giga Eifel, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt pullen kann, kann nicht, ich hatte die ganze Zeit einen männlichen Giga und ich habe das nicht gerallt und ich habe die ganze Zeit auf ein Ei gewartet und auf einmal habe ich gesehen, dass es ein Männchen ist und jetzt habe ich den gerade zu einem Weibchen gemacht und das scheint hat er schon eingelegt, sehr nice, so, dann haben wir hier Basilisk, Reaper und Arl, ist auch fertig, können wir auch machen, wird super nice, den nehmen wir uns fürs Ende auf, glaube ich, ich glaube, das wird das krasseste von allen, dann, äh, was haben wir noch, so, was wir vielleicht machen könnten, dafür brauchen wir noch Insektsachen, die habe ich überhaupt nicht da, den, die könnten wir theoretisch auch machen, ich glaube, den machen wir vielleicht als erstes, so, das mache ich gleich soweit fertig und dann haben wir heute einige super, super coole Fusionen und ich freue mich schon drauf. Leute, ich wollte mich gerade bei Yonix ranholen, weil, weil ich einen brauche für ein Ei und wo ist das mit denen hier los, was haben die für Aggressionsprobleme, was zum Teufel, was ist mit denen denn los, es geht durch den Pekomastax bei Yonix, habe ich gerade gesehen und ich dachte so, ja, eigentlich wollen wir das ja auch ganz gerne aus, dass ihr denkt auch, ihr habt eine Chance, ne, habt ihr nicht, oh mein Gott, hä, okay, vielleicht habt ihr noch eine Chance, vielleicht seid ihr die stärksten, okay, ich habe nur noch zwei Pfeile, so, gute Nacht, was habt ihr jetzt davon, jetzt kriegt ihr über dem Wasser, ja, Toll, das haben wir davon, wenn wir ihn quälen, Leute, der eine ist komplett untergegangen, oh, Mann, wo kommst du denn her, Bruder, okay, äh, gegen den kann ich ja nicht mal kämpfen oder so, ich musste meinen Bionix mitnehmen, das ist auch noch ein Baby-Bionix, den muss ich gleich noch irgendwie großziehen, äh, okay, so, zack, auf jeden Fall, äh, wir nehmen den mit, okay, oder auch nicht, danke Piranhas, ihr seid die Besten, habt euch lieb. Okay, ich bin gerade so traurig, aber so, so, so heftig traurig, oh mein Gott, ich habe das nicht gewusst, auf jeden Fall, äh, ich erkläre euch jetzt die Lage, nämlich, äh, dachte ich mir so, ich crafte schon mal den Reaper-All-Dingsbums und ich crafte schon mal den anderen, den Giga mit irgendwas und in der Zeit mache ich die ganzen Sachen für den Bionix fertig und dann crafte ich den und das hat eine Stunde gedauert, also wirklich eine Stunde, das war einfach ewig und das Ding ist, die Dinger sind nur eine Stunde haltbar, also sind die in meinem Inventar gespoilt, ich habe die nicht mehr, ich habe es einfach nicht gereilt, ich muss alles nochmal zusammenfahren, um die nochmal zu machen, ich könnte heulen, ich, ich könnte heulen, egal, wir machen jetzt trotzdem den hier, wir lassen uns jetzt nicht entmutigen, hoffentlich ist er cool, was zum Teufel, der ist überhässlich, oh mein Gott, kann ich den so reiten, nein, ich brauche bestimmt mal hier auch nichts halten, den mache ich ganz fix, oh mein Gott, das ist der größte Fan ever, oder sind die doch da oben drin, niemals, die sind doch da oben drin, ich glaube, ich habe die in meinem Inventar gepackt, ich wusste das nicht, och man, ich wusste gar nicht, dass die richtig ablaufen, habe ich hier noch irgendwas drin, ich habe hier nichts drin, oder, ich bin einfach lost, Leute, ich bin einfach lost, und die kann ich mir in 10.000 Jahren nicht wieder machen, oh nein, alles, was ich für die Folge geplant habe, ist einfach für den Arsch, oh mein Gott, die Dinger, oh Mann, das kann doch nicht sein, Ja, ich habe Dinger gecraftet, und ich habe den anderen, Heidi, habe ich auch gecraftet, diesen, äh, wo ist er, ne, den habe ich nicht gecraftet, wo ist er, ah, Dinger habe ich gecraftet, ja, ja, da fehlt mir halt alles für, super, das wird ein super Spaß, aber das kriegen wir irgendwie hin, äh, ja, ich mache einen Sattel, dann teste wir den kurz aus, und in der Zeit crafte den restlichen Kram, oh mein Gott, ich habe einfach alles schon fertig gehabt, So, jetzt sind wir auf dem drauf, ich bin gerade echt ein bisschen depressiv, wie Junge, ich habe alles vorbereitet, ich habe euch das versprochen, und jetzt, aber ich mache es jetzt nochmal, ich habe es euch versprochen, ich mache das jetzt auch, aber Mann, oh Mann, das ist so viel Arbeit jetzt wieder, und wie viel länger diese Folge dauern wird, nur weil ich das verplant habe, ich bin der größte Fehler auf dem ganzen Planeten, auf jeden Fall, äh, der hat einen coolen Angriff, der macht so, oh mein Gott, der wird Schaden zurück, das habe ich vergessen, der macht so wieder einen Pico-Mastax, so einen komischen, aber, Und der macht genau so viel Schaden, okay, hat er C-A-Griff, der hat keinen C-A-Griff, der hat keinen X-A-Griff, okay, der hat nichts super cooles, und der schwimmt so wie der Bionics, das sieht eigentlich ganz cool aus, Guck dir das an, er sieht schon echt, oh Mann, ey, wie die Schildkröte einfach so ein Endboss ist, das kann schwer nicht wahr sein, So, den Giga habe ich schon mal gleich wieder, danke, lieber Gott, das hat auch gar nicht lange gedauert, oh mein Gott, ich habe alle Maschinen angeschmissen, und trotzdem hat das so lange gedauert, so, Und, äh, wie viel brauche ich für den Haini hier noch? Das tut so weh, oh mein Gott, das tut so weh, die Weeper-Dinger, die habe ich schon fast wieder zusammen, das ist nicht das Ding, äh, Dino-Dinger crafte ich auch gerade mehr als genug, Also, hier sind auch noch welche drin eigentlich, ja, hier sind auch ziemlich viele drin, und hier sind auch noch ziemlich viele drin, also, es geht voran, Aber, äh, ja, schwieriger Hase, das alles wieder einzuholen, was man sich selber eingebockt hat, schade, so, äh, Let's go, weh, der ist nicht cool, ich habe den jetzt zweimal gebaut, weh, der ist nicht cool, was zum Teufel, der ist so cool, Oh mein Gott, ist der cool, der ist cooler als das andere, oh, die kann man so reiten, wie der läuft, der läuft ja absolut komisch, Oh mein Gott, Leute, was ist das, was ist das, der ist so nice, und wie er schwimmt, der schwimmt über dem Wasser, Einfach der absolut heilige Giga, und wenn ihr euch das Geschlecht geändert, obwohl ich das gar nicht wollte, sehe ich jetzt erst, Guck dir den Angriff an, was ist das für ein Angriff, Oh mein Gott, C-Angriff, äh, rechtsklick, oh, what, what, was ist das, es hat sich gelohnt, jetzt mal einmal zu craften, C-Angriff, der tritt einfach auf Sachen drauf, Morgen bin ich dann auch mal auf der anderen Seite, Gibt's ja nicht, Wie der schwimmt, Kuck mal, hier ein bisschen, oh, Ausdauer ist fast aus, hier, da, Sauerstoff, so, weh, du schwimmst jetzt nicht super schnell, Oh mein Gott, du bist immer noch so langsam, das kann doch nicht sein, Aber der ist so cool, Wenn's den Dino gäbe, mit mehr Damage, Jede Season wäre da dabei, Ich lieb den komplett, Oh mein Gott, Ja, super, können wir mal an Land gehen jetzt, Danke, oh mein Gott, Der macht bestimmt keinen Schaden, aber das ist nicht schlimm, Das ist echt nicht schlimm, Der, der ist so nice, Oh mein Gott, Ausdauer ist auch so ein kleines Problemchen, Vielleicht soll ich mal ein XP-Potion reinhauen, Da kann ich so ein bisschen was leveln, Ist das ein Plan, zack, zack, So, Level-Up-Counter rein, zack, Ausdauer, Sauerstoff hätte ich auch spielen können, Gewicht, Und jetzt ein bisschen Schaden, Ein bisschen viel Schaden, So, gucken wir mal, Alter, der ist so crazy, Crazy, 15.000, Das ist für die nicht schlecht, So, ich will doch die anderen Angriffe abchecken, Aber ich weiß nicht, Wie ich mit so einem Bronto anlegen sollte, Weil ich doch kein Leben gespielt habe, Habe ich überhaupt hier ein Punkt, Aber ich glaube nicht, Ich glaube davon habe ich auch nichts mehr, Irgendwie verliere ich gerade alles, Das kann es doch gar nicht sein, So, trotzdem rein in die Olga, Strike, du musst heftig dran glauben, Da, Und C-A-Griff, Oh, ich weiß nicht, Ob ich damit den Bronto, 23.000, Okay, Ich dachte, Ich will den Bronto treffen, Aber es ist cool gegangen, Oh mein Gott, Leute, Ist er nicht absolut fresh, Jetzt mal ehrlich, Ist es nicht der coolste Dino, Den ihr je gesehen habt, Wie läuft der denn, Der ist ja absolut am Jog, Was zum Teufel, Oh mein Gott, Der sieht so falsch aus, Hä, Das macht das gar keinen Schaden, Das macht eigentlich keinen Schaden, Oder so, Oh, Bin ich zu blöd, Das zu treffen, Kann auch sein, Will ich dich ausschließen, Der C-A-Griff, Der C-A-Griff ist so, So, So cool, Hat er noch irgendwas anderes, Muss ich noch irgendwas wissen, Ich glaube nicht, Ah, Der wirft was, Das habe ich gar nicht gereiht, Die zu treffen ist ja, Oh wow, 300, Okay, Ich habe mal getroffen, Aber gelohnt hat es sich eher weniger, Ich bin ja jetzt so gespannt, Bei den Reaper, Ahl, Dingsbums, Ne, Das könnte auch so krass sein, Und vor allem ist er unter Wasser, Dinos, Also von daher, Der könnte auch ziemlich crazy werden, Irgendwann später, So, Reaper, Der Basilisk, Is auch fertig, Hat nur eine halbe Ewigkeit gedauert, Aber, Es hat sich hoffentlich, Hoffentlich genauso gelohnt, Wie bei dem Heidi da, Das ist einfach zu krass, Der ist einfach, Junge, Guck mal den an, Der Arm ist ein bisschen verpackt, Der ist ein bisschen rumzogener, Aber sonst, Super, Super nice, So, Auf jeden Fall, Ich bin gespannt, Mischwurm Basilisk, Zahel machen, Sieht sehr danach aus, Okay, Und wir drehen uns auf, Nein, 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 Oh mein Gott, Das ist so ein Wasserdino, Dass ich den im Wasser spawnen muss, Sonst ist der weg, Ich habe nicht schon mal, Wasserdinoanlag gespawnt, Und, Da ist genau dasselbe passiert, Dass der einfach weg war, Ist hier irgendwo ein, Basilisk-Aal-Monsterwesen, Das sieht schlecht aus, Ist es okay, Dass ich gleich durchdrehe, So viel später, Dass es dem alten Erzähler, Zu blöd wurde, Und man einen neuen, Anstellen musste, So Leute, Ich bin zurück, Ich habe mir aus Frust, Gerade erstmal, In Ben & Jerry's Eis reingebuttert, Und jetzt, In der Zeit, Habe ich das craften lassen, Und es hat geklappt, Ich habe noch einen, Aber, Ja, Ich hoffe, Dass es diesmal klappt, Wenn das jetzt nicht klappte, War es mit der Folge, Weil, Mehr kann ich nicht aushalten, Das Eis hat mich gerade, Ein bisschen gerettet, Ich bin wieder gut drauf, Aber, Äh, What? Was zum Teufel, Geh nicht an Land, Oder sowas, Ich, Ihr seid alle so komisch, Ich gehe nicht an Land, Macht keine Scheiße, Okay, Kann ich nicht so reiten? Kann ich? Oh mein Gott, Oh, Ich wäre fast an Land gegangen, Glaube ich, Alter, Was, Guck ich mir hier an? Alter, Hi, Bitte, Ignorier mich, Bitte, Nein, Tust du nicht, Ne? Ich wusste es, Hä, Doch, Der ignoriert mich irgendwie schon, Hä? Okay, Nice, Sehr nice, Guckt euch den, Oh mein, Guckt euch den an, Der sieht so sexy aus, Alter, Was zum Teufel, Heute, Ich dachte, In der letzten Folge, Haben wir schon mit Abstand, Die kurzen Sachen überhaupt gehabt, Aber heute, Ist krass, Heute ist krass, Da hat sich das auch gelohnt, Beide zweimal zu craften, Äh, Ne, Dreimal, Den habe ich ja sogar dreimal, Oh mein Gott, Ey, Ich bin auch verloren, Leute, Ich bin so verloren, Aber auf jeden Fall, Der ist übersick, Oh mein Gott, Mit dem unter Wasser zu sein, Ist ja so krass, Und der hat irgendwie so ein Schrei, Und damit kann ich irgendwelche verfürchten, Oder so, Ich habe keine Ahnung, Das ist ein C-Angriff, Oh mein Gott, Der kann so schocken, Alter, Ich will das unbedingt testen, Das Ding ist, Alles ist glaube ich gerade zu stark für mich, Vielleicht der Manta, Hm, Wir testen was mal, So, C-Angriff, Oh, Der schockt richtig oft sogar, Okay, Äh, Der normale, Wie macht der 400, Oh mein Gott, 400 ist halt schon, Ziemlich, Ziemlich kacke, Und rechts klicken, Ist der Schrei, Und dann, Irgendwie hauen alle ab, Seht ihr das, Oh nein, Er haut doch nicht ab, Oh, Rückzug, Rückzug, Oh mein Gott, Der hat 2005 von Schaden gemacht, Und ich habe echt wenig Leben, Okay, Äh, Ja, Das ist einfach, Ich dachte, Die hauen alle ab, Also irgendwie ist der Heide, Die ganze Zeit vor mir weggeschwommen, Kann ich mit dem auch an Land, Soll ich das überhaupt testen, Ich habe keine Ahnung, Äh, Ne geht nicht tatsächlich, Okay, Das ist auch gut so, Weil sonst wäre es schon wieder komplett schief gegangen, Ich habe immer noch keine Heal Potions, Egal, Ich levele den fix aus, Dann heale ich den gleich, Und dann gehen wir einfach kurz mit dem unterwegs noch, Okay, Ausgelevelt, So, Jetzt wollen wir mal sehen, Wie viel Schaden macht der, 17.000, Das ist halt echt nicht so kacke, Vor allem sind hier die Wasserdinos auch nicht so crazy, Von daher kann man den tatsächlich sogar benutzen, Okay, Habe ich was Falsches gesagt, Oh nein, Haha, Ich dachte, Ja, Okay, An dem mache ich halt super wenig Schaden, Aber so, An sowas hier mache ich halt zumindest sogar ein bisschen Schaden, So, Jetzt nochmal der Rechtsklick, Guck mal, Die drehen einfach um, Die drehen direkt um, Die haben keinen Bock mehr, Er, Sogar da hinten ist umgedreht, Oder, Nee, Doch nicht, Ist ja nicht, Aber wie oft kann ich den Schrei machen, Okay, Ich kann ja auch nicht so super oft machen, Aber da kann ich ja sogar so ein bisschen Sachen abwehren, Wie cool, Und das mit dem Schocken ist halt unnormal nice, Ne, Aber da bin ich ja schon ein bisschen verliebt, Ohne Witz, X Angriffe hat er nicht, Der hat sonst auch keinen anderen Angriff, Aber so, 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 So cool, Warte, Jetzt will ich hier nochmal den Schrei machen, Ja Leute, Und nachher kann ich nicht einsetzen, Wie lange hat der Cooldown, Achso, Steht das da oben, Habe ich doch 80 Sekunden Cooldown, Okay, Geht nochmal ein Stück weg, Okay, So, Zack, Jetzt aber, Alle umdrehen, Alter, Ist das geil gemacht, Oder ist das geil gemacht, Das ist so cool, Oh mein Gott, Alter, Ich bin echt geheim, So, Aber Leute, Ich würde sagen, Das war genug arg für mich heute, Aber wirklich, Das hat mir die letzten Nerven geraubt, Ich hoffe, Euch hat die Folge gefallen, Wenn ja, Würde ich mich sehr auf eine positive Werte freuen, Das wäre super lieb von euch, Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder, Ich wünsche euch allen noch einen ganz, 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 Ganz schönen Tag, Und tschüssi, Guck mal wie ich geklatscht habe, Tschüssi,